Hey zusammen, willkommen zu einer ganz besonderen Runde Minecraft Survival Games Und zwar spiele ich gerade mit meinem Oculus Rift Ich werde mich jetzt direkt von den Leuten hier entfernen, denn Um ehrlich zu sein, ist es ziemlich Mit dem Oculus Rift irgendwelche Kisten zu looten Und mit meine ich extrem schwer Also jedenfalls schwieriger, als wenn man jetzt nicht mit dem Oculus Rift spielen würde So, warte mal Ach Gott, da oben ist was, da oben ist was Haaa So, statt geil Nehmen wir direkt mal Sehr schön Was ich hier bevorzugen würde, wäre eigentlich mal irgendwie so ein Schwert Oh oh, da ist einer Ich hab einen Namen gesehen Oh mein Gott, ein Schwert Ich seh aber auch gar nichts, Mann Warte mal Haaa Eine Hose hab ich schon an, genau Okay, gut Ja, fängt doch super an Also wer nicht weiß, wer der Oculus Rift ist Guckt einfach in die Videobeschreibung Dort befindet sich auf jeden Fall ein Link zu einer Playlist Da einfach mal das erste dann anklicken Oder das letzte, ich weiß nicht welche Reihenfolge, das da angezeigt wird Und äh, das ist gerade meine allererste Runde mit dem Oculus Rift Also in Survival Games Deswegen bin ich hier gerade auch sehr unvoreingenommen Warte was, so Workbench und keine Kiste Und selber sehr gespannt darauf, wie die Auseinandersetzungen stattfinden werden Also wenn jetzt gleich irgendwie ein Typ kommt Ich renne direkt auf den zu und versuche den einen zu klatschen Jetzt, wo ich ein Schwert habe, kann ich mir das erlauben Kann mir das erlauben? Obwohl es wahrscheinlich eher Nicht positiv für mich ausgehen wird Ah, guck mal Hier ist sogar was Ein Schwert Nehmen wir einfach mal mit Besser ich bekommen Das als irgendwie ein anderer So, direkt mal was essen Das ist ja cool Also ich wusste, dass man die Sachen sieht, aber Wie geil dreidimensional die halt erscheinen, ist übel Und die Motion Sickness macht sich bereit Bereit, breit Bereit und breit Helm habe ich schon an Ach, wo bin ich denn hier gelandet? Heiersack, guck mal, wo bin ich denn hier gelandet? Wo seid ihr denn? Sehen wir es? Ne Oh, schade Gehen wir wieder raus Ich könnte eigentlich mal zur Mitte gehen, ne? Loll, ihr könnt mir einen Trank brauen Habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich Ich glaube, ich habe noch nie einen Trank gebraut In meinem ganzen Leben noch nicht Boah, ist das creepy, ey Ist das creepy? Na, hier will ich nicht übernachten Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesagt Aber hier nochmal eben für alle Ich wurde nämlich oft gefragt Warum ich das Ganze denn so darstelle, wie ihr es gerade sehen könnt Also warum ich zwei Bildschirme anzeige Äh, so sieht es halt auf meinem Monitor aus Auf meinem Desktop Ich selber habe allerdings eine normale Sicht Und ich möchte einfach, dass man von vornherein sieht Ja, wie es halt normal auf dem Desktop aussehen würde Oh Gott Komm, verreck Nein Ja Ich habe gewonnen Ich habe gewonnen Für Sparta Für Sparta Hä? Nein, 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 nein Nicht jetzt Not yet Scheiße Scheiße Richtig scheiße Ich muss erstmal regen Genau, töd dich erstmal selber, Manuel Sehr schlau So Oh oh Der springt die ganze Zeit Ich höre es Wow Fuck Renne ich? Ich glaube, ich renne nicht Jetzt renne ich Oh ja, ich renne Und der ist mit Sicherheit nur hinter mir, der Wichser Das Rennen erscheint mir aber gerade irgendwie nicht wie Rennen Ganz komisch Also wirklich schnell komme ich mir nicht dabei vor Ja, ich höre ihn Ich höre ihn Ich brauche, also Das Beste, was mir jetzt passieren kann, ist, dass Ähm Dass jetzt noch ein anderer entgegenkommt Und ich die dann beide in den Kampf verwickeln kann Man, nein, geh weg Oh fuck, man Du Hure Ich wollte Oculus Rift zeigen Oh Und er hat eine 3D-Brille auf Da wirft er meine Sachen weg Naja gut Ich würde sagen, das war es War auf jeden Fall ein erster Eindruck Würde ich mal sagen Werde ich vielleicht nochmal machen Allerdings dann mit einem zusätzlichen Gimmick Und zwar, falls das geht Mit Razor Hydra Oh so, Sekunde mal Einwander die Brille anziehen Tipptopp Oh, gut Ja, dann wäre es nett, wenn ihr ein paar bewerten könntet Wie gesagt, da gibt es eventuell nochmal demnächst noch eine Runde Bis zum nächsten Mal Tschüss Uah Outro 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 Outro